Das ist ein fantastisches Mittel, um Menschen für immer versklavt zu halten. Und um das abzudecken, gibt es eine ganze Menge andere Geschichten, auf die ich nicht eingehen möchte. Phänomenale Werkzeuge zur Kontrolle von Bevölkerungen, die seit langem erfolgreich genutzt werden. Ich wurde erzogen zu glauben, dass Sex eine Sünde ist, die Erbsünde. Was ist deine Meinung dazu? Es hängt davon ab, wie wir uns selbst entwickelt haben. Wenn wir wunderbare Menschen werden, ist das eine Sache. Wenn wir aber eine hässliche Verkörperung der Menschheit geworden sind, ist das definitiv eine Erbsünde. Es ist ein Fehler. Sünde ist ein zu starkes Wort. Vielleicht ist es ein Fehler. Es werden also zu viele Fehler in der Welt gemacht. Keine Frage. Du behauptest, ihn wert zu schätzen. Oder nun, du verehrst den, der als Schöpfer bezeichnet wird. Aber du hast ein riesiges Problem mit der Schöpfung. Wenn du die Schöpfung nicht wertschätzt, warum zur Hölle solltest du den Schöpfer anbeten? Jemand, der so schlechte Arbeit geleistet hat, der einzige Weg, wie du überhaupt geboren werden kannst, ist durch Sünde. Ich denke, er muss verbannt werden. Nun ist dies ein fantastisches Mittel, um Menschen für immer versklavt zu halten. Wenn du ihnen nicht einmal erlaubst, mit ihrer Biologie zurechtzukommen, werden sie nie mit irgendetwas in ihrem Leben zurechtkommen. Sie werden immer abhängig sein von einer Institution oder einer Person oder jemandem, der behauptet, Verbindungen zu haben. Ein italienischer Mafiosi wurde einmal vor das Gericht gebracht. Und er ging einfach mit einer dicken Zigarre in seine Hand herein und ungefähr so kam er und setzte sich hin, als wäre er ein Gast. Dann schaute der Richter sich seine Arroganz an und fragte, Haben Sie einen Anwalt? Er blies seinen Zigarrenrauch aus und sagte, Also, ich habe Freunde unter den Geschworenen. Also, Leute, die vorgeben, Verbindungen woanders zu haben. Du wirst ihnen immer versklavt sein. Weil du dich aufgrund deiner Biologie schuldig fühlst. Diese ganze Sache nimmt, das Ganze geht in immer krassere Formen über. Außer in bestimmten Kulturen, überall sonst, wo dominante religiöse Überzeugungen verbreitet wurden, in all diesen Kulturen lassen sie dich leider aufgrund deiner bloßen Existenz schuldig fühlen. Denn auf diese Weise wirst du immer Sklave dessen sein, was auch immer sie festgelegt haben. Bei etwas so Grundlegendem wie dem Menstruationszyklus einer Frau muss sie sich schuldig fühlen und unrein. Ihre Existenz ist unrein. Unglücklicherweise möchte ich, dass du und alle Lehrer der Welt das verstehen. Wenn deine Mutter keine Menstruationszyklen hätte, wärst du nicht geboren, selbst wenn sie deinen Vater getroffen hätte. Ja, also das lebenschaffende Material, unbenutzt, ist, was es ist. Und wenn das unrein ist, ist deine Geburt selbst unrein. Das ist, was sie sowieso versuchen, dir zu sagen, dass deine Geburt unrein ist. Und um das zu umfassen, gibt es noch eine ganze Menge anderer Geschichten, auf die ich nicht eingehen möchte. Wenn du nicht mit deiner eigenen physischen Existenz zurechtkommst, wirst du im Wesentlichen niemals mit irgendeiner anderen Dimension deines Lebens zurechtkommen. Das Selbst wird dich für immer einnehmen. Das ist ein fantastischer Trick, um dich für immer versklavt zu halten. Kein Wunder, dass Institutionen immer noch bestehen. Obwohl sie ihre Relevanz verloren haben, bleiben sie, einfach weil du deiner Existenz, du aufgrund deiner bloßen Existenz schuldig bist. Wenn du aufgrund deiner bloßen Existenz schuldig bist, bedeutet das, dass etwas oder das, was die Quelle der Schöpfung ist, noch schuldiger sein sollte. Du bist ewig schuldig, und das, was das alles erschaffen hat, muss noch viel mehr die Last der Schuld tragen. Schuld und Angst sind phänomenale Werkzeuge gewesen, um die Bevölkerung zu kontrollieren, was seit langem erfolgreich getan wurde. Es ist Zeit, dies zu durchbrechen. Solsthen Sie Untertitelung des ZDF, 2020